Die schwarze Demeter, ich weiß nicht, ob es einen untergründigen, etymologischen Zusammenhang gibt zwischen Lefess und die Fesseln und das Gefesseltwerden durch die Lefess, denn das Wort Fesseln, die Fessel ist ja auch eine Strickverbindung, die man um die Fesseln legt, um das Tier bewegungsunfähig zu machen, die unteren Fesseln oder die oberen Handgelenke.